servus liebe fünf freunde willkommen zu cinema will aus liebe zum film im heutigen video gibt es mal wieder ein harry potter update und wie es schon anhand der video beschreibung lesen konntet und wahrscheinlich auch am youtube fanden handelt es sich um die harry potter complete 8 film collection in 4k mit den exklusiven mega geilen steelbooks in einem mega geilen case das ganze habe ich mir gekauft via amazon und hatte es schon vergessen gehabt aber dann schwupps die ups war das super paket da ich habe es ausgepackt und ihr seht es hier noch das ganze ist noch ovp ist ein bisschen schwierig das jetzt so einzufangen wegen der softbox und dem licht ihr seht hier unten wir haben ein fsk 12 logo und hier oben haben wir dann die beschreibung drauf ja mit dem hdr und so sieht diese box aus aber ich packe sie jetzt einfach mal aus und hoffe dass das ganze dann nicht mehr so stark blendet ist ja ein bisschen immer hier folien bedingt dass sich das licht so art spiegelt so dann nehmen wir es mal raus das kann weg ok ja hat ein gutes gewicht nicht schlecht jetzt muss ich mal gucken das ganze hier ich halte jetzt mal hier rein guckt euch mal das an ja also hier haben wir so eine kartonage drumherum das ist so ein bisschen sowas wie eine j card und hier haben wir dann alles drauf ihr seht hier hinten schon die designs der verschiedenen steelbooks die sind ja in frankreich schon mal erschienen aber mit französischen titel und ich dachte mir nee der scheiß kommt mir nicht ins haus ich bin zwar harry potter fan aber man muss ja nicht jeden rotz unterstützen und habe dann gewartet dann kamen die anderen steelbooks in deutschland raus waren ok aber ich habe dann immer gehofft und gewartet dass irgendein mal diese steelbooks raus kommen und siehe da ja es ist passiert hier haben wir wie gesagt das ganze case ich muss jetzt mal gucken wie wir das hier abbekommen also das ist schon ein bisschen tricky ist es vielleicht hier hinten festgemacht mit irgendwelchen popeln nee 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 ja es kann sich nur noch um stunden handeln jetzt gucken wir mal hier rein ich habe halt wieder überhaupt keine fingernägel ich möchte auch nicht zerstören aber doch es sind popel natürlich was denn sonst hier ich kann es mal rein halten noch mal hier ähm waren jetzt die popel dran wie man sehen kann hier ok und jetzt können wir das ganze dann raus gleiten lassen denke ich mal hoffentlich mein gott so drei stunden später wir sehen es hier also hier nochmal dieses die j card der box mit den ganzen daten drauf der inhaltsangabe und was sich nicht alles befindet und sieht es hier echt bescheuert gemacht dass man hier sogar noch mal diese verdammten klebepopel es muss irgendwo so einen richtigen fetischisten geben der total auf diese popel steht und der sitzt leider direkt an der quelle von den ganzen editionen und denkt sich ha 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 popel aber ok jetzt haben wir vor uns diese schicke box und ich muss sagen hat so einen ja metallic look hier unten hat schon einen kleinen kratzer ist aber ja recht ok vom design her also hier haben wir noch mal das ganze case und dran drehen wir es mal um so schaut das aus schönes schickes design dann haben wir hier hinten ja auch nicht schlecht und dann die andere seite dann kann ich euch zeigen dass hier oben noch harry potter draufsteht ja ist halt alles total dunkel und schwarz gehalten aber ich denke man kann es dennoch ganz gut erkennen und unten drunter haben wir eigentlich nichts spektakuläres außer warner bros logo und ein paar kleine schriftzüge ok wenn man sich das case anschaut dann sieht man hier eben den rahmen und hier an den seiten ist schön schaumstoff ja also richtig cool gemacht und komplett innen ist es aus schaumstoff ja auch diese halterungen dann fangen wir mal an und versuchen mal ein steelbook rauszubekommen harry potter und der stein der weißen so mega cool dann der muss einmal raus und ja so schaut es aus ich muss jetzt mal gucken wie man es am geschicktesten anstellen ich stelle das vielleicht mal da vorne hin also hier haben wir dann das steelbook wir sehen dass das ganze eine hochglanzfolie hat aber keine prägung ok und hier haben wir dann die rückseite alles sehr sehr dunkel aber keine angst hier sehen wir es dann eigentlich ganz gut hier nochmal die rückseite so haben wir dann die gesamtansicht ja in sich sehr stimmig hier dieses fette ultra hd auf dem spine ok aber hier erstes jahr gefällt mir sehr gut hier der rahmen mega schade dass es nicht geprägt ist muss ich ganz klar sagen sehr sehr schade also da hatten uns die französischen stil ist dann doch was voraus aber was bringt mir ein französischer geprägter titel mir übrigens wenig wir haben wir die 4k blu ray dann haben wir die normale blu ray die ich jetzt natürlich wieder nicht rauskriegt aber ich bin ja ein bisschen vorbereitet so und dann haben wir hier den innendruck ja hier haben wir die credits aber der innendruck ist doch auch mal was schönes und was besonderes sieht doch super aus so wunderbar also dann haben wir hier sozusagen teil nummer 1 packen das ganze wieder ein so und dann kommt das hier wenn man das sehen kann ich kann es ja auch mal hier runter halten dann kommt das hier wieder so rein ich tue es natürlich wieder falsch rum so dann hat man aber hier so schön diese schaumstoff polsterungen und dann ziehen wir uns gleich mal den zweiten raus so hier haben wir den zweiten und hier seht ihr wieder das ganze mit der folie so ok wunderbar und hier das back artwork ok dann tun wir mal das case weg wie gesagt hier die schaumstoff polsterungen dann lassen wir das hier vorne legen sie hier nochmal hin so wunderbar und dann geht das ganze so auf sieht doch super schick aus schönes design aber wie gesagt es ist echt mega schade dass es nicht geprägt ist so hier kommen wir dann zum innen artwork wenn wir die disk rausnehmen die disk sind jetzt nicht spektakulär gestaltet so und dann haben wir hier den innendruck ja so eigentlich recht okay aus so wunderbar dann wieder rein so dann kommt das hier rein harry potter jawohl und dann kommt das nächste ich denke wir ersparen uns jetzt die eine ansicht und schalten direkt hier rüber so harry potter und der gefangene von azkaban man sieht es hier auch hier wieder diese schöne glanzfolie drauf ja 3 machen wir es auf so die gesamtansicht ja und dann kommen wir zum innendesign hier die disk raus die zweite disk raus und dann haben wir hier den innendruck auch richtig schön so wunderbar dann machen wir das ganze hier nochmal wieder rein sind ja nur acht steelbooks ne so dann kommen wir zum nächsten harry potter und der feuerkelch ja schönes design wunderbar zeigen wir es mal von hinten so einzeln von hinten dann machen wir es auf das ganze ist also matt gehalten und dann immer mit dieser glanzfolie geschichtet so ok gefällt mir mega gut der innendruck sehr schön so wieder rein damit mein lieblingsteil eigentlich ist ja harry potter und der feuerkelch könnt ihr ja unten in die kommentare schreiben welcher euer lieblingsteil ist auch das hier ein schönes design ich mache das mal gleich auf so richtig hübsch ich habe die kamera ein bisschen heller eingestellt weil ich schon befürchtet habe dass das ganze so dunkel gehalten ist aber ich denke so kann man es eigentlich ganz gut erkennen so wunderbar harry potter und der orden des phoenix für mich einer der nervigsten teile wegen dieser dolores dump bitch und ja aber es ist halt wie es ist die gehört halt dazu so und dann kommen wir auch schon zum sechsten teil nämlich harry potter und der halb blutprinz richtig schönes design hier mit diesen ganzen fiolen und natürlich ja sechs unten drauf im rahmen ein echt schönes motiv hier mit diesem licht und das back artwork auch das kann sich richtig sehen lassen harry hier abgebildet das gefällt mir wahnsinnig gut passt auch super von der farbstimmung zusammen sein shirt das rote hier mit diesen roten ja fiolen also echt klasse geworden warner typisch natürlich nochmal hier die credits äh innen drin aber okay das kann man verschmerzen und so sieht dann der innendruck in der gesamtansicht aus albus ja da kommen wir auch schon zum nächsten teil nämlich harry potter und die heiligtümer des todes teil eins hier mit diesen zerstörten horcrux vorne drauf selbstverständlich ebenfalls mit dieser hochglanz folie beschichtet während der rest des steelbooks matt ist auch hier das back artwork sehr schön gestaltet mit unseren drei hauptprotagonisten harry hermine und ron weasley auch das passt natürlich sehr gut und dann kommen wir zum innendruck und wir sehen es hier schon links voll in pose severus snape also ja mein lieblings charakter bei ja von anfang an gewesen weil der einfach nicht so dieser typische schleim bösewicht war sondern einfach von anfang an sehr interessant war und wie sich herausstellen sollte einfach ein liebenswerter charakter dann kommen wir auch zum letzten teil und zum letzten steelbook nämlich harry potter und die heiligtümer des todes teil 2 auf der rückseite haben wir dann das duel abgebildet harry gegen lord waldemort und hier sieht man wie die blitze aufeinander treffen etwas weit weg für meinen geschmack das hätte man ruhig noch ein bisschen näher ran ziehen können aber ok dafür ist der innendruck genau wie ich vorhin erwähnt habe etwas näher dran und der sieht ja natürlich absolut mega aus mit unseren lord waldemort jo meine lieben freunde das war's dann auch schon wieder mit meiner kleinen vorstellung der harry potter 4k exklusiven steelbooks in deutschland ich hoffe es hat euch ein wenig gefallen wenn ja gibt dem video einen daumen hoch und abonniert den kanal um keine weiteren videos mehr zu verpassen ansonsten sehen wir uns einfach beim nächsten video wieder bis dahin und danke fürs zugucken und servus